ja ich auch diese runde wird sarah darauf beharren dass melvin ihr schreibt meinst du die katze oder ihn? ja meine katze gut melvin ist auch süß aber er ist ja nicht meine süße bist du dir sicher? ja was? bist du dir wirklich ganz sicher? das melvin nicht weil sie süß ist? ja wirklich? fäng die du arsch wenn du schaffst? ach ich spüre um die kieße ich auch keine waffe ach so jetzt hab ich überhaupt keine waffe na kleinin was ist? oh ich hab keine munition mehr warte ich hab Munitionen dann können wir sie weiter geschießen so ach 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 ich mach jetzt auch mal ach 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 hier einfach mal eine runde ich lauf dich warte warte na ah man ich soll den kontroll weil das glück gebracht hat jetzt mal ich komme noch an den tag ich werfe meine rechner aus dem fenster warum was habt ihr alle gegen diese beruhigen musik die ist nicht beruhigend ich mag dich ich hasse sie so was ja weil max mal neben dem unterricht ist irgendwas komisches flüstert was denn was ist das was flüstert sie ja was ruhige sachen ich will jetzt nicht mehr darauf eingehen die kirche ist meine hier landen viele kein druck außer oder ist eine pistole ich weiß inzwischen dass in der kirche immer irgendwas ist digga warum vibriert immer meine maus wenn ich eine nachricht bekomme wieso vibriert deine maus überhaupt ich hab noch nie eine maus gesehen die vibriert ja also wirklich eine ich dachte sie macht pipi oooooh ne der war schlecht nicht gut ich hab den ersten gegner umgebracht das ich habe die stimmung geschaltet stelle ich mich auf bitte nicht stören ich habe doch gesagt die markierung nicht Achtung! Hier, bei mir! Achtung Gegner! Ja, danke! Bei mir! Sehr früh gesagt, ich bin schon fast da! Halli los! Äh... Ja, da hat sogar meine Mama! Penny, du kannst dich doch einfach aus dem Inventar werfen! Stimmt. So schön, ne? Ähm, so. Wo sind jetzt die Lichtschwetter gewesen? Ich hab die aus den Augen verloren, die Markierung... Keine Ahnung. Da oben! Ich glaub, hier waren wieder Bots am Werk. Jep. Die haben alle stehen und... Die haben die Pisten nicht mitgenommen. Ne, die haben alle stehen und liegen lassen. Hm. Hier. Ne, wann hast du ein Lichtschwetter? Ähm, ne. Ja. Ja. Hat jemand ne Bandage aber super? Nein. Ich hab Angst. Genau. Ich hab nichts verstanden. Ha. Mann, stopp. Na ja. Mann hat eh nichts verstanden, Sauer. Irgendwer steht da oben! Warte, ich hab den gleich! Ich hab den gleich! Er ist fast tot! Er ist so... Ich hab ihn! Wir sind direkt in der Zone. Sehr gut. Ha! Hast du ihn gekillt? Ja. Ja. Wow. Weiß nicht, grunds Lichtschwert. Spaß. Aber für'n Anfang. Leute zu finishen macht Spaß. Ja, und da laufen noch zwei, äh, weitere. Sarah? Runter. Das mit den fünf Jahren klappt doch nicht. Du wirst doch Serien gelackt. Hallo, hallo, hallo. Alles jetzt schon mal, Leute zu finishen. Sien. Ey. Boah, jetzt hab ich nicht ins Krieg gescapt. Das ist die. Hä? Da oben ist einer. Mhm. Hey! Hä? Ich hab mich hier hingebaut. Jetzt ein bisschen parieren. Achtung, hat einer? Na? Na? Ja. Ja. Ist er tot? Jep. Ich rette dich! Nein! 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 Komm her! Komm! Der ist unten zerplatzt. Ui! Der ist tot! Sarah? Tote Leute sind tolle Leute. Hast du vor Serienkiller zu werden? Oder warum holst du dich Leute verregen? Ich hab nicht genug Materialien. Nein! Ach, Benni! Ich hab's die Sachen holen. Ah, dann gehen die Sachen holen. Genau. Oh Leute, was ist hier passiert? Äh. Die Steine sind runtergefallen oder was? Die sind Salvensturmi. Sind eindeutig Steine runtergefallen. Oh! 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 Ich schluchte es da rum. Oh! 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 Poliziaro, du's kaputt machen! Böse Bullen. Die sind gut in der Zone. Das hab ich doch schon mal gesagt. Ich wollte es nur noch mal wiederholen. Alles gut. Und so. Oh, da ist noch mal jemand. Ja. Müssen wir zu. Okay. Okay. Hat sich schon geklärt. Ich hab Angst. Ich glaub das ist nur ein Bot. Nein, nein, das waren Spieler. Oh. Die schießt schon der nächste oder was? Kommt ruhig hoch. Okay, das ist alles ohne mich. Oh oh. Ich werd abgeschossen. Jaja. Vorne. Ich parkier's halt. Aua. Hab ihn. Alter. Oh. Endlich um. Medikit. Ich brauch, äh, n Schilddrang. Nee. Aargh. Oh. Endlich ferien, du. Sarah, da ist auch noch ein Medikit. Okay, was jetzt? Sarah? Hm? Hier ist ein Medikit. Hat jemand Schild tranken? Nee. Danke. Eik? Hast du Schild tranken? Vier Minis. Kann ich zwei Stück haben? Nee. Oh, Benni, du. Wer will nie ja durch. Danke, mein Medi. Nein, deine anderen liegen dort. Das Wichteln war halt so geil. Wichteln war scheiße. Das stimmt. Wir haben Yannis sein Geschenk oben an die Fensterscheibe geklickt. Hab's gesehen. So ne geile Aktion. Ich hab ne kleine Katze bekommen. War ne Katze? Das war ne Katze, du voll. Ich fand das aus wie so ein Bär. Bär. Da liegt ein Geschenk. Melvin, da liegt ein Geschenk. Und Melvin, was hast du? Nein! Das ist nicht das, was ich brauch. Ich hab ne lilanes Scar. Ernsthaft? Ja. Was sind die denn? Eine aus dem Geschenk. Wer hat jetzt mein Medikit mitgenommen? Nee. Sarah? Sarah muss es aufgesammelt haben. Sarah! Ich hab mein Medikit zurück. Hä? Ich hab nur meins. Meins liegt aber nicht mehr. Das heißt, einer hat es aufgesammelt. Melvin, gib mir mein Medikit zurück. Hab ich nicht. No! Ich hab das. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Oh. Oh, hier liegen Donuts. Ui, Donuts. Ah. Wenn die Rasse raus. Nimm den Weg zu Kylos Lichtschirm. Dito geht das nicht weg. Ich will Rasse. Wenn ich mich zwischen irgendjemandem entscheiden müsste, würde ich das rote Licht schwecken. Okay. Dito. Dito, ich auch. Dito heißt, äh, ja sozusagen auch. Ich komm hier nicht mehr raus. Pfff. Ähm, Leute. Ja. Was ist jetzt gerade los? Entweder Internetprobleme. Sie redet grad auch nicht. Scheiß Internet. Schau sie mal ein. Die Zone kommt aber. Gleich. Jetzt, äh, ich kann mir ne lila... Die Tür anbauen. Ich will ne lila an der Pump machen. Gar nichts. So, eine goldene, zwei lila nur Waffen reicht. Puff. Nein. Digga. Ja. Warte doch, die Leute, könnt ihr mich mit dem Boot bitte abholen? Hehehe. Hehehe. Oi. Leute, schnell. Das schaffst du noch. Ich stürze als Frisur. Und Laserschwer. Was ist da drinne? Oh, ne MP! Melvin, da ist ne MP drinne. Oho. Oho. Am tiefsten, was du nicht. Wo? Und wir werden von irgendwo abgeschossen. Jep. Doch. Mann, Mann. Ich werde doch irgendwo. Ja, ja. Ich auch. Die MP gehört mir. War da nicht so rum? I... I... von... 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 Danke, dass du genau dahin was eingesetzt hast. Pfade. 68er Schiltet. 34er Hit. Hinter mir. Hinter mir. So ein... Scheiße, Lenk. Ich muss mich gerade zurückhauen. Oh Mann. Benni, Benni, pass oben auf, da sind noch welche. Jupp, einer genockt. Pass auf, vor dir. Da oben ist das nächste Team. Jupp. Nächste und letzte. Okay, ach so. Jupp. Ich will kurz Minis trinken. Komm, mach den episch. Ne, es sind noch... Jo. Haben die hier nicht so ne Bazooka? Weiß ich nicht. der jener hat ein Schildhit ja pass auf hier hinten ist der andere der hat kein Leben mehr also fast fort ich hab ihn zwei noch so und die anderen sind mit einem Boot gefahren das habe ich gehört da unten steht ein Boot ja ja ich habe gerade vergessen hier hinten das sind zwei Anzelteams ja ja einer nur noch einer der ist da unten Scheiße der Kobi macht den epischen pass auf der hat ein Raketenwerfer ja ja der ist Dreck der hat aber ne Sniper versuch den zu holen ich schlenke den ab da mach ich Aua der gibt Hits der hat alles Gold Aua ich pack den nicht von Schildhit NEIN komm mal Heldin das kriegst du hin der hat nur noch halbe Schild der hat Pump in der Hand der wechselt zwischen Pump und Sturmgewehr jetzt hat er ne MP scheiße aber zweiter besser als gar nix in mir sprühen grad Aggressionen aus glaub ich hässige morgens nix wir wer die lock die wholly nicht w j